Hallihallo, Hallöchen, herzlich willkommen hier! Mal wieder zu so einem kleineren Video, zu einem kleinen Spezial, auch wieder mit dem kleinen Stray, was heißt klein, mit Stray dabei hier, ist der gleich groß wie ich, ne? Ja. Der mal wieder gar nicht weiß, was hier auf ihn zu... Ne, absolut nicht, mal wieder. Ich hab keine Ahnung, ob er mit mir geplant hat. Jaja, also ich hab mir gedacht, man wird es vielleicht an dem Videotitel sehen, also wir machen eine kleine Springseil-Runde, mein lieber Freund. Und... What? Springseil? Springseil, ja, so in der Art. Du darfst mir mal folgen. Okay. Hier hoch. Und hier ist nämlich eine Sache möglich. Wenn ich es auf Anhiebe nur komme. Man kann die ganze Zeit dauerhaft hin und her springen. Ja, das weiß ich. Und wir schauen, wer kann das länger. Ach du... Warum sagst du das nicht vor? Oh Gott. Und man merkt schon... Also es macht schon Spaß. Wir können es gleichzeitig machen. Also es ist einfach nur ein kleines Fun-Video. Ihr könnt das gerne auch machen. Ihr könnt das auch gerne mal zeigen. Auch selbst mal eine Video-Antwort drauf machen, wie ihr es mit einem Kumpel macht. Und das ist so eine eigene Art von Duell. Nichts Besonderes aber irgendwie. Ich hab mir gedacht so... Hey, irgendwas muss man aus den Maps in Mario, oder? Ja. Bist du bereit? Jo! Okay. Drei. Zwei. Eins. Go. Ah Gott. Ah fuck. Ah fuck. Ah you failed. Ah 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 ah. Ah das ist äh... Jaja du Movement Freak hier. Tja da ist... Ist man glaube ich leicht im Vorteil, wenn man das ungefähr einschätzen kann. Jaja, ich kann ja auch mal Ewigkeiten hinbekommen. Ah da hat er gefehlt. Das geile ist, man kann sich ja auch gegenseitig äh behindern. Und rat mal was ich gemacht habe im Match gegen ähm... Unsere lieben drei äh Lieblings-Ravens im PvP. Man darf ja keine Namen nennen. Mh. Als ich Low HP hatte. Du bist die ganze Tier hin und her. Jep. Haha. Ja da kriegt's doch gar keiner mehr gecatcht. Äh doch schon, aber ist halt ein bisschen schwieriger ne. Okay. Und ihr dürft das nicht unterschätzen, also man trifft sich schon noch gegenseitig teils in der Luft. Mhm. Da man immer unterschiedlich schnell hin und her geht, wenn man nicht immer exakt den gleichen Punkt tritt. Da... Man kann ja auch... Oh my god. Ah du kannst ja gar nicht sehen. Guck mal wie gut ich bin. Ja geh weg hier. Ich nehm hier mit ungewohnten 60 FPS auf. Ich bin das normale 83 gewohnt. Äh jetzt bin ich groß. Jetzt steh ich hier noch mehr im Weg. Geh weg du kleiner Noob. Alter das Video dürfte einen noch voll verwirren weil es auch noch hin und her geht. Ja. Es ist auch so verflucht schnell. Boah. Don't get in my way. Haha. Du hast... Arg. Oh shit. Ja. Man kann ja gerne mal gucken also wirklich wer es am längsten schafft. Wir können ja gleich mal anfangen zu zählen. Mhm. Wie auch wir es schaffen. Und dann könnt ihr es mal versuchen zu toppen. Warten noch grad bis er hier runter fällt. Gut. Und auf 3. Ja. Und fangen wir an zu zählen und... Aber im Kopf zählen würde ich sagen. Und das werden dann immer so 1, 10, 20, 13, 11. Ja. Also gut. Auf 3. Okay. Jupp. Also nicht mal wenn wir gleich leise sind mal wie im Kopf zählen und uns konzentrieren. Also. 1, 2, 3. Und was war das? Nichts. Das ist ein Item gesammelt. Nein. Schade dass es geklappt hat. Ich hatte gehofft dass der Blitzkrieg in der Luft trifft. Also gut nochmal. 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. Gut so. 11. Okay. Neue Runde. Okay. Neue Runde. First run on me. Yeah. Gut. Wieder auf 3. Also. 1, 2, 3. Du kannst aufhören. Ich bin runtergefallen. Hahaha. Ah Gott. Ich kann mich nicht darauf konzentrieren und gleichzeitig zählen. 2, 3. 2, 3. 2, 4. 2, 3. 4, 3. ja sorry ich bin ein bisschen Geld war auch 1 ja die von Überjünger ach so das wolltest du warum schaffe ich nur noch zwei das ist doch unglaublich du bist nicht multitaskingfähig nein ich bin leider nicht so feminin wie du das war das nicht so die Bubz wie ich nur nur was zu kommen was die vierte lassen wir einen in der Tat weil ich glaube nicht hin zu zählen gleichzeitig mich da drauf zu konzentrieren Affe nicht das nicht das hier der Arsch es ist so hart beides gleich machen MACHEN! Oh, fuck you! Man muss aber auch sagen, es ist eindeutig schwerer, wenn es zwei gleichzeitig machen, ne? Fick dich! Gerettet! Hast du das gesehen? Ich hab mich nochmal gerettet. Das wäre natürlich auch schon eine andere Art von Challenge für die VCs unter euch. Alter, ich werde ständig von dir blockiert. Ja, und dann werde ich immer wieder irritiert und dann stoppe ich das, weil ich denke, ich bleibe jetzt stehen, aber man fliegt ja immer noch weiter. Ja. ARSCH! Alter, hör auf mich! Ich krieg dich! Ich krieg dich! Ich krieg dich! Das hat mich auf ein Konzept gebracht! Ah, immerhin habe ich 14 geschafft. Wow! Das wird langsam besser mit meinem Multitasking. Alter, fick dich doch, ging aus dem Weg! Oh, jetzt kann ich mich fast! raus das ist schlecht bei mir really ich hab immer nur zwölf boah go fuck yourself n ich hoffe nicht zu blockieren ja genau hau glaubt das eigentlich ha 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 ach gosh mein plattform Aua ha 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 ha! ha 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 so was? was hast du vor? das geht sogar! ha 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 ha! Ja, geil. Random-Flammen-Habbonen über die Map. Ja! Ich zähl grad gar nicht. Wenn ich jetzt einen Rekord aufstehe, bitte zählen von euch von Anfang an. Das ist eure Aufgabe jetzt. Alter, fick dich doch. Alter, aber das war ein geiles Bild. Das sah cool aus. Von der Seite aus, ja. Ich weiß nicht, ich konzentriere mich gerade darauf, also mal weiterzumachen. Alter, der zieht aber gerade durch, ne? Fick dich doch, gerade. Problem, ich hab' aufgehört zu zählen. Aber es sollten um einiges mehr sein als 42. Oh, da war die raus. Oh, fick dich. Du bist so ein Sack. Also, bitte zählst es in dem Video. Also, ich hätte es locker nochmal doppelt so lang geschafft, aber dann musste er der kleine Junge hier cheaten, weil er seinen Rekord gebrochen hat. Ja, sicher. Sicher, da könnt ihr mal erzählen. Ich hatte ihn die ganze Zeit im Blick, so ziemlich. Ja. Äh, ich würd mal sagen, dabei über das nur was. Jo. Oh, ich hab dich getroffen. Ja, und deswegen wüsst du jetzt sterben, weil du einfach gestört hast. Komm her, komm her, ich zeig dir, wie gut ich bin. Ja, ja, du zeigst mir im Video, ne? Ah, süß. Ich guck, wie gut ich bin. Ah, geil, ein Big Catch. Ach, ich hatte die dynamische Kamera. Deswegen kommen so geile Bilder. Ja, stimmt, ja, F90-Dynamische-Kamera, stimmt. Jo. Schau mal, wir sehen, ob du nicht richtig runterkommst. Ah, nee. Nein, ich hab es ausprobiert, aber es hat nicht geklappt. Ich wette, ich krieg dich wieder. Boah, du hast mein Skill gecancelt. Ich würd grad sagen, du hast mein Skill gecancelt. Ja, das ist irgendwie cool mit, äh, das fällt mal die dynamische Kamera bei dir an. Wenn man die dynamische Kamera bei dir an. Ich weiß, mich nervt die dynamische Kamera. Oh, fuck, wollte ich den X von RF machen. Ich komme... Alter, das ist so verwirrend, ne? Was, dass wir beide gleich aussehen? Hm? Dass wir beide gleich aussehen? Nein, nein, äh, wenn die dynamische Kamera auftaucht. Vor allem, wenn du nur Flammenhapune raushaust. Ja. Das ist halt die dynamische Kamera, die... Ja, komm, vor Ort aus dem... Ja, fuck you. Was heißt die fuck you? Ja, ich hab bug you. Ich hab dich hinter mir gecatcht. Ja, fliegt du deine Runden. Komm. Trau dich. Ach, Alter, ist das ein Profi. Ja, komm, los, 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 mach ich, mach ich, nein. Das ist ein X-Trop. Ja, es reicht für dich an, alle Male nur den einen X-Trop zu machen. Oh, Gott, da sind immer diese VCs, ha, noob. Ja, okay, hast du grad einen Skil von mir, kein Schild. Ja, hab ich gemerkt, bei mir kam nur die Animation. No. Schiff, Korsi. Ha, noob, failed. Ja, genau, wirf deine Granaten. Ich hab damit gerecht, dass wir deine Schiff, Granaten sind. Also, kannst du mal aufhören, diese Flammenabohne zu nutzen. Schick dich doch ins Knie. So overpowered. Ich finde dir definitiv, definitiv einen Nerf verdient. Da bin ich mal ein... Ich hätte dir die Hitbox verändert. Ja. Das ist, ähm, alles andere als ein Nerf gewesen, die Hitbox-Veränderung. Ah, fuck. Ja, das wäre noch schöner, wenn ich jetzt auch noch da getroffen hätte. Oh, ich hätte meine Pzone... Die meisten Ärzte sind relativ leicht zu klatschen. Los, zeigen Sie, wie gut es ist. Flammenabohne. Guck mal, wie wenig die gezogen hat. Weil die nicht getroffen hat. Das bleibt bei, wie die die in die Wand. Wow. Komm, war so awesome. Come and get me. Try it. Glühender Schrei. LOL. Ich war im Schatten-Spiel. LOL. Moment. 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 Ich muss was testen. Nutze deinen glühenden Schrei bitte nochmal und geht's gleich. Okay. Da. Warte. Es geht nicht mehr. Dann kann ich im Glühenden Schrei hopsen. Oh, willst du mich eigentlich verarschen? Wollen die alles zerstören, was man in dem Game nutzen konnte? Hahaha. Hahaha. Er hat die Glühender Schrei also doch overpowered. Pff. Achja. Ja, ja. Still Spamming. Ja, das ist das. Was tut. Übungs-Channel-Aviews. Prozent 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 die Schöne Beweis man bekommt man das zurück was man selber macht man Prozent und unterdaten Prozent 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 wie war das mit Skill-Spam ich hab schon was uns nötig haha genau Hoppala Kackhusten Kackhusten ist mir nicht in dich komm zu mir komm zu mir komm zu mir du kleiner Pro auch gar nicht Pro-Opikers das macht das so gerne aber auch der Kerstin amster das ist wenn man mit Sachen und Romana Breaker im Übungsfeld gewünschen den Nudel Kacklobe ja das war ein Kenntnis und wollte dort stehen Prozent Kürbenswürfel Kürbenswürfel die Befragung Lohr wie man schattet sich nicht ich hätte den Monter fallen darauf damit das ist ein Erkern 3 du weißt gar nicht wie viel Spaß in der Welt sich zu träumen dann werden er war nicht mehr ist er war einfach also du bist und ich wusste auch so hochkommt der vermeinten Baumart ein Kurschiffen und was wir hatten vor kurzem Hecker 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 Paul Stoff nicht wegbringen Prozent und zwar das Regal kommt zurück zu sehen Moachwa Papen die Bundeskanzler kreativende er war es noch ein kubel ist das Alter Du hast sogar noch den Hit abbekommen bei mir lauter mir ist gar nicht passiert der sich die lebt und siewer absolut insofern länger aber weniger hab die jünger vierte Schöner der inwesend nur an eine gewisse Person für so wunderschönes Teil die du Kackleger je so ein gewaltiger Pro kann ich gegen dich gewinnen, weil du zu gut bist für mich lol oh ich hab vergessen, dass du einen Doppelschatten spielst oder dreifach, keine Ahnung, wie auf der das kam der VC das ist schon so ein kleiner Fehler ja sicher er hat ein Kettchen er hat eine voll was auch toll ist aber die Power von Reckless Filz der kleine Aufklärung der Nutzung der Nutzung der Nutzung der Bauten kann ist so für den Künstler nun denn nicht kann und diese Waffe jaja das ist ein Wunder was er aber kann merkt man doch hier kundiglich Kette ich gucke wie ich du mich ketschen wunderschön geketschen leckere doch er hat noch geholfen gar nicht sicher wenn er zu manchen der mitgenommen da war Koffer bis 10 ja weil es kann mp5 danach ist mit Kurschelt nur drüber Oh ja, der hat gesessen. Ach, geht schon, geht schon. Wie, wie, wie offensichtlich der war. Wär's deiner oder meiner? Deiner. Ja, keine Ahnung, bei mir hab ich auch gehittet, aber bei dir irgendwie nicht. Ja, siehst du mal, kack, lecker, nur kriegst einfach nichts hin. Und wir werden das Video langsam. Ja, Springscheilspringen, ne? War sehr schön. Ja, genau, am Ende war auch ganz viel Springscheilspringen vorhanden noch. Ja, Alter, das war Pro. Ja, richtig Pro. Hm, vielleicht kann ich Kugelbieter in der Luft einrichten, nur kann ich nicht, schade. Ja, muss hier so hin und dann, bumm, zurück. Hm. Ja, oder so. Wie ich dich gekriegt habe, Alter. Wie ich dich gekriegt habe. Ja, ha! So las fаны in проектen Video деся. Ja. are